Auf geht's! Ab ins Getümmel! Tschucki Lebkuchen! Lebkuchen, Leute! Ist alles gut verpackt, Kinders, ne? Gut verpackt, so richtig jeden Zentimeter ausgenutzt, ne? Ich hab dich liebst, Stella. Wenn du vor mir hinhängst, rumhängst... Nein, nicht fürs Frauschen, für Schnauzi und Co. Was ist das denn hier für Böller? Du lieber Gott, was sind denn das für Riesenböller? Als hättet ihr gerade nicht genug Leckerlis gekriegt, ne? So, das Wasser ist jetzt auch frisch und neu und nicht gefroren, ne? Haben wir ein neues, fein gefiltert. Nämlich finde ich mit dem Filter super, ne, Kalimann? Seitdem hustest du auch nicht mehr so viel. Nur wenn du dich wieder so wie heute Morgen über das andere Paket so aufregst, ne? Ja, seit ich einen Filter hab, filter ich alles. Selbst für die Hühne hieß das Wasser. Alles wird gefiltert, ne? Ja. Ich bin ja auch bescheuert. Nicht mal die Zigeuner trinken das Wasser aus der Leitung und ich hab das jahrelang mit Tee und allem getrunken, ne? Ich bin bescheuert. Guck mal, das ist klein. Boah, was sind das für Dinger, ey? Was sind das für Dinger? Was sind das für Fresshöhle? Als hättet ihr heute nicht genug gehabt. Man kann nicht genug haben, ne? Nein, Kalli, du kriegst, warte mal, du kriegst doch hier. Guck mal, Kalli, das reicht doch für dich. Magst du nicht? Kalli? Doch! Bruno? Bruno? Ja, warte, ich bin fast da. Ja, jetzt kannst du aufstehen, arme Ohren. Aber mich erstmal so rumquälen lassen, ne? Ich wurde immer länger. Ach, die kann man auseinanderdröseln. Zu spät. Jetzt haben sie große gekriegt. Und jetzt kriegt der Schnauzi auch ein großes. Das sind ja Monsterdinger. Was ist denn das um Himmels Willen, ne? Boing. Nicht fürs Frauchen. Ich hätte da fast noch da kann ich auch reinbeißen, ne? Kinders. So, Kinders. Ja, joi. Das kannst du nicht. Da hast du es liegen. Da kannst du mal an meinem Finger schnüffeln. Oh, mal da. Ja, feiner Kalli. Hä? Ja, fein, Kalli. Oh, das scheint aber stabil zu sein, hä? Ja, feiner Schnauzi-Bauzi. Ah. Ich wollte das erst das Päckchen noch liegen lassen, damit wir jeden Tag Weihnachten haben. Aber wer weiß, wie morgen das Wetter ist. Das ist heute so herrlich. So schön zum auspacken, ne? Herrlichkeit.